Willkommen zurück zu pokémon mystery dungeon reset team dx in der letzten folge habe ich zwar gesagt Vorletzte letztlich weiß nicht mehr habe ich zwar gesagt dass wir erst mal das feuerfeld machen dann die nordkette Aber jetzt ist mir den sinn gekommen dass es mehr sinn macht die nordkette zuerst zu machen dann das feuerfeld nicht nur weil die nordkette kürzer ist um fünf räume Denn in der nordkette ist dann so gesehen diese eine sidecrest schon vorbei und nach dem feuerfeld wird das immer wieder weiter gehen und weiter Weiter gehen deshalb würde ich sagen machen wir heute die nordkette und dann morgen oder nächste folge auf jeden fall das feuerfeld Ich hoffe das stört euch nicht Grund hatte reitschuh den mampfkürtel nicht mehr jetzt hat das wieder und auf geht's Nordkette und vielleicht war es nicht so klug magneton mitzunehmen aber egal Denn wie ihr wisst hört uns hier einen kampf erwarten Und wo war die musik noch mal die war doch aus irgendeinem wald was im frostwald vielleicht Das könnte sein dass aus dem frostwald ist die musik Dann,商 counter Die mente Dabei waren gegner Alles klar So ich finde ich ganz cool aus werden ja diesen diesen auch noch gar nicht Und ja ich finde sie kannst google aber ja gut welche otten schütztet auch nicht cool aus natürlich der letzte raum wo noch nicht abgecheckt war ja nach gut habt aber so da ist natürlich der exit und irgendwie kommen wir die gegner hier sehr leicht vor oder bin das nur ich hat sie mir nicht benutzen alles egal so ich hoffe euch geht es in den corona ferien ganz gut die meisten haben wir jetzt gar keine mehr obwohl warte die meisten haben jetzt immer noch welche ja wie war das ich glaube mehr als die hälfte haben jetzt verlängerte corona ferien ist das so ich habe selber nicht ganz verstanden ich begann sie sind mehrere mitnehmen aber ich weiß nicht wofür ich das er kann ich schon top etha weg und dann setzt es sofort ein wahrscheinlich schon oder kommen gibt es einfach kein bock mit um zu schnacken so weil ich jetzt verstanden haben haben die meisten jetzt verlängerte corona ferien bis nächsten monat oder so im nächsten monat sogar und der monat hier ist gerade dann wo ich es aufnehmen ist das hier mitte diesen monat mitte april und die meisten haben dann bis zucker ende mai das ist krass was bei mir ist weiß man nicht dass wir noch gesagt und ich kann mir gut vorstellen dass ich dann trotzdem die schule muss was dann nicht ganz so fair wäre aber muss man damit leben gut genug schule wir wollen ja nicht über schule reden wir wollen über videospiele reden ein hochwertiges band das sich im laden sehr teuer verkaufen lässt ein simples und doch subtil luxuriöses design erobert das herz berühmte persönlichkeit und lässt es nicht mehr los was heißt das denn das ist definitiv neu und ich weiß nicht was das macht das hat nämlich das auf jeden fall mit warum habe ich auch bin ich dumm ich habe zwei einladungen dabei jetzt check ich es auch erst boah ey man ey das gibt's doch nett ja dann schmeiß halt die sinnebeere weg das band ist mir jetzt wichtiger als der sinnebeere auch wenn der sinnebeere zum heilen gut ist aber komm lass es liegen ist egal ich will wissen was das band macht bestimmt macht irgendwas tolles also bisher ist dieser ort sehr chillig muss ich sagen surely folge zu kurz wird werden ich was noch dran schneiden denn ich habe gestern jemanden gerettet und ich kann euch ja mal zeigen wie das so abgelaufen ist also mit passwort gerettet wurde gefragt ob ich direkt person retten darf kann ich habe so ja klar warum nicht hab dann gefragt ob es aufnehmen kann und ja also sobald ich irgendwann mal eine kurze folge habe aber ich eingeplant habe nur ein land zu machen zu vielleicht dann werde ich euch sowas reinsteigen mal schauen mal schauen mal schauen ich weiß überhaupt nicht wie lange das war auf wenn wir habe ich jemanden mal mit passwort gerettet und ich bin auch am überlegen wo ich es reinpacke jungen ninjas müssen jetzt ist das eines der schnellsten pokémon die es gibt ich glaube sogar das schnellste normale nicht legi pokémon was ziemlich krasse ist und einfach random warum ninjas warum nicht irgendein anderes flüssig sagen ja kommt erst einfach ein bock und oh gott warum kann man seine eigene teamglieder angreifen das wollte ich nicht geht sie gut eigentlich angreifen du sollst mit nein heilig nicht der wird da nicht kämpfen mich beschützen ja aber jetzt warum ist das überhaupt möglich es sieht übel für mich aus 8 kommen das wird wieder das war nicht gewollt okay nur dass es weiß ich hab's einfach nur so gefressen das verfahren ach mein gott ja den mini belebersamen nehmen auf jeden fall mit wir packen dafür mal einen schlafsamen weg lieber habe ich alles einmal statt eine sache mehrmals vor allem war ich ja eh noch keine strategie ab wie ich die sachen angehe ich nehme einfach alles mit und hoffe auf das beste halt der bisher fast immer gut geklappt außerhalb einem boss da hat es dann ganz knapp nicht gereicht aber auch wenn du kein talent hast kannst nichts aus kein talent so ist mir egal kommt mit du 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 ge 唱 werde DESOTS des collective und schafft das ich müsste maleli tonn vielleicht mehrere fernattacken bei bringen sie es mich eigentlich jeden war war in fern attacken sind viel besser als lager attacken finde ich in diesem spiel was ist das verrat für eine abkürzung gewesen Geil ich immer noch richtig viele belebersamen hätte ich das gewusst hätte ich bei ganzen samen weggepackt ich habe es so viel nicht noch brauchen könnte Den dingen da weg du 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 das war gar nicht mal so schlecht weil reich du brauchst du das gerade Und sorry falls ich manchmal nicht mike pika oder bipsa gut stattdessen visa flop breit schuh und magneton I'm sorry falls das irgendwen von euch stören sollte Oh gott ich werde langsam hungrig warum eigentlich hungrig wenn ich will ich hoffentlich werden finde ich nett Ich bin immer noch dass reichu in diesem spiel zu ps Oder pikachu eigentlich auch aber vor allem reich Halten froh dass ich reichu hab Reichu ist eh besser Das heißt jetzt nicht dass pikachu schlecht ist ich finde nur reichu besser Was das für ein stab Keine lust Du 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 hast das für ein band Haben wir schon genug von Können wir verkaufen aber ich habe eh keinen platz von daher ist egal Ich habe übrigens eine erkenntnis haben dabei hier kurz zeigen Ich bin es immer gewöhnt hier sortieren zu drücken Ob ich den An den erkenntnis sagen das heißt es werden heute ein mega visa floor sehen am ende des dungeons Ich hoffe ihr freute schon drauf es soweit ich weiß geht dieses zeit quest sehr nicht lange sondern ist sehr kurz als der kürzesten wenn ich sogar die kürzeste Ich habe meinen perfekten apfel weg und dafür esse ich den sofort Wie machen wir das so BAYAM 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 EIOI Das nir so toll Ich habe vielleicht erst mal umgucken sollen weil wenn Liebe oben ist dann Wird das hier lange lange lang gegangen hier aber denn alles gut hier bei richtig easy E acht Was ist das draschen ist das draschen ich glaube das ist rachel Bad radiate keine ahnung blöderweise hagel kann nichts dagegen machen das blöd da das blöd denn wir verlieren konstant ganz viele leben und das ist nicht so ich habe extra noch mal ganz viele beleber sachen weil wir mitgenommen zusammen mit zwei perfekten äpfeln ein hab ich vergessen wenn ich wusste wir werden das gebrauchen hier nur noch nicht ich kann ja einfach sind es einsetzen brauchst mich ein hier siehst du sagt es macht zwar rein gar nichts hier in einem hagel aber es ist mir jetzt nichts und damit muss ja kein eisem für mich verschwenden also für dieser flott bitte nie eisem verschwenden dankeschön denn ich kann synthese sagt auch wenn synthese wetterabhängig ist das heißt wenn zum beispiel besseres wetter ist also wenn es hagel ist ist klar dass synthese mich nicht sehr sehr viel heilt aber weiß ich nicht irgendeinem anderen besseren wetter da sollte klar sein wenn zum beispiel weil sie nicht was gibt es nicht viel wetter sagen in dem spiel ich weiß es gerade nicht egal wisst ihr denkt ich frau ich hinaus wollte so kann man mit mein freund ich kann ich ja mitnehmen jetzt dann komm mit darum so auf zur treppe ja und wie gesagt wenn jemand darum geht es mir egal wieso niemals tot stop niemals tut hier meine aufsicht für die niemanden stellen nie niemand könnte bitte auf einen wegzustellen dann Wasser essen ich bin erst neun es gibt bis 25 und ich wollte jetzt schon ein apfel essen meine güte dabei kommen wir das alles so kurz vor gott ist dankeschön hilfliss danke hier war klar und wird uns mal sieht man ja dass ich viel mehr leben wieder gewinne wo ist die tröcke hier ist alles klar was haben wir aufgenommen 8 elixier krieg eigentlich auch gleich mal wieder verwenden jetzt haben wir noch 15 ebenens bestreiten plus diese nein 15 und dann der boss aber wir kommen dem ziel schon näher ein magnet zone hätte ich den apfel nicht für drastisch verwendet aber ganz ehrlich ich werde mein magneton noch zu magneton entwickeln leute heißt ihr seht gerade mein magneton das wird demnächst irgendwann zu dem ding da was nämlich die letzten bildung von magneton dafür braucht man ein item oder so keine ahnung bb war geil ladungsstoß jetzt reden war fügt eingehen im raum schaden zu und versetzt sie manchmal den zustand paralyse geil dann macht doch dafür dollarschock weg würde ich sagen oder das ist die gleiche attacke moment gesamter raum direktes feld in blick 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 richtung ich mache gerade schreib weg wenn man jetzt nicht retten wie gesagt ich werde meinen magneton demnächst noch entwickeln zu einem magnetone also seid dann gespannt auf sowas so wir brauchen das am meisten gerade wahrscheinlich moment ich gibts mir lecker wo das schmeckt eigentlich ein top elixier dass man sich sowas fragt wonach schmeckt das eure ideen in den kommentaren du 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 was ist das für ein band ja moment was ist für ein band nein ich will ich will schon moment boden kann man den boden analysieren ging das nicht mehr man konnte früher den boden analysieren jetzt sind wir anscheinend in dem schneegebiet obwohl war es ist der schnee wir verfolgen ja eigentlich ein sehr schnelles pokémon weiß nicht ob wir das schon wissen welches ist aber auf jeden fall ein sehr schnelles pokémon und dieses sehr schnelle pokémon das würde doch mehr sinn machen würde dieses schnelle pokémon in dem luftgebiet in dem himmelgebiet sein statt in einem eisgebiet aber spielt die schneemusik von daher gehe ich mir davon aus dass hier ein schneegebiet ist aber i don't know wir sind eh gleich Sr. nichts gleich aber werden dem licht ansiel sein mhm mit ungefähr die helpte nämlich durch bam Ich bin immer noch am überlegen, wie ich das mache, mit der einen Aufnahme, die ich am Anfang erwähnt habe. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr dranhängen, denn die Folge ist schon zu lange dafür, dass ich am Ende noch mal was dranhängen. Mal sehen. Habe ich schon eine Sine-Beere? Ich habe schon zwei Lasten liegen, dann ist egal. Komm, dann lasse es sein. Doom, 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 Doom. Boom, 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 Boom. Komm, Killes, endlich will weitergehen. Ach, hier ist ein rechtes Ende. Boom, Boom, Peace, Die, 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 Die. Schön. Was ist für ein Stab? Würde geschwungen, springt der Anwender zum Pokémon oder zur Wahl im Blickrichtung. Außerdem versammelt sich das ein Mitschreiter in der Nähe um ihn. Ganz ehrlich Bei Bosskämpfen Wie von Rauron, Kyogren, Rekwaser ist das eigentlich Richtig gut Deshalb nehme ich mal eins davon mit Ich muss mich halt von einem jetzt Trennen Äh Was Habt ihr das gehört? Oh Gott Ich hoffe man hat das nicht gehört Auf jeden Fall wovon trenne ich mich Kommt vom Top-Ether wahrscheinlich Und dann lass ich sofort mal rein Wahrscheinlich Magneton Ich gebe es einfach mal einen Magneton Waha Hine 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 Ich glaube 25 ist eine Bosne Das heißt 24 Räume Und dann die Treppe Und dann sind wir beim Boss Das heißt noch 10 Räume ungefähr Oh ich hab die Treppe Das ist sehr gut Ja lass liegen ist egal Sagen wir jetzt weiter können Wir sind ja schon sehr gut gelevelt finde ich Falls euch ach so Das hab ich doch gleich erwähnt Äh bei der Rettung Bei der ja bei der Rettungsmission Da habe ich sogar für jeden Charakter ein Level Up bekommen glaube ich Wenn du bescheid wirst Diese Luxusboxen Wo lohnen sich eigentlich nie Ich wollte es gar nicht wegwerfen Nur weil ich gesagt habe es lohnt sich nicht Meine ich nicht dass es gleich wegwerfen muss Warte was Warum kann ich nicht aufheben Warum steht er sofort werfen Macht das Damage Wenn man das wirft Äh Die Dinger hier sind eigentlich gut Wohl Kleinkiesel Das ist nicht ganz so geil Ach komm lass die Truhe liegen Lohnt sich eh nicht Das sind eh nur solche Bonbons Ich mag Früher gab es die gar nicht Diese Regenbogen Gummis Früher waren das ganz normale Gummis Die haben die Intelligenz gesteigert Aber ich weiß Ich kann euch leider nicht sagen Was die Intelligenz eingebracht hat Ich weiß es gerade nicht mehr Ich hab sie auf jeden Fall nie benutzt Hab die mal weggeschmissen Ich wollte die nicht Warum sollte ich ein Gummi mit mir tragen Fand ich irgendwie dumm Jetzt mal ganz ehrlich Wollt ihr mich verappeln Wo ist hier der Ausgang Jetzt ist da ganz links oder Und ich wollte eigentlich nach oben gehen Und oben war es halt nicht Jetzt ist es hier links oder Oh Gott ja Immerhin Es ist mir egal wie lange die Folge jetzt wird Wir werden heute noch Gegen das schnelle Viech kämpfen Fehnbrise How about no Heuler Stop it Warum verfehle ich Mein Gott Das Ding ist direkt vor dir Ja Pika hat Hunger Ich weiß Das liegt an dem Mampfgürtel Der macht ja Pika So stark Ich würde sagen Ich muss jetzt mit Magneton Erstmal spielen wir nicht Weil ich habe jetzt keinen Bock Mein Apfel zu benutzen Das spielt jetzt lieber erstmal Magneton Der hat noch gar kein Hunger Der ist noch komplett voll Bam Du 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 Eine Sammelfalle Wenn ein Pokémon auf die Falle tritt Erscheinen gegnerische Pokémon Ach ich glaube die Sammelfalle verwandelt alle Items In Gegner Das ist besonders scheiße Wenn man gegen Wenn man in dem Monsterraum ist Wo ganz viele Items rumliegen Auf einmal ist er vor dem Item Dass du kein Items sammeln willst So eine Sammelfalle Alle Items verwandeln sich auf einmal den Gegner Hast du noch mehr Gegner Obwohl es schon Monsterraum ist Das ist blöd Giftfalle Welches vergiftet Oder was So das Tunnelzweig Warum habe ich Platz im Inventar Hey Zack Sag mir Was erlebt noch Nase durch seinen Körper nicht mehr Ich will den Boden gar nicht kaputt machen Ach Die Steuerung ist manchmal blöd Ganz ehrlich Im ganzen Spiel Vor allem Overworld Aber auch in game Ist die Steuerung manchmal echt blöd Im Spiel Und das einfach weil die ganze Zeit Irgendwas passiert und du drückst halt Du drückst halt mehrmals drücken Weil gerade irgendwer den Effekt bekommt Oder irgendwas aufsammelt Oder bla 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 Und dann musst du die ganze Zeit warten Wenn du jemand wegschubsen musst Früher war das so Du hast einfach auf den Auf den Charakter gedrückt Und der ist Der musst du nicht so wegschubsen Wie jetzt gerade Du bist einfach Du hast einfach mit den Plätzen getauscht Und das war noch gut Jetzt musst du einfach erst mal B gedrückt halten Und wenn du zu lange B gedrückt hältst Oder zu kurz Dann machst du irgendwas Und das ist nicht so geil Dann Was gut tut Ja dann stirbt halt mir egal Es ist aber schuld Wenn du nicht schnell genug kommen konntest Und lieber kämpfen wolltest Dann nehmt mal das Item auf hier Danke Kann sein, dass sie sich verfolgen Aber ganz ehrlich Ich hab mich grad nicht Ja die kämpfen gerade Ist mir egal Wenn die sterben Dann sterben sie Nö Dann belebe ich nicht wie ich wieder Ganz ehrlich Ich hab keinen Bock Ständig Leute zu beleben Blöd war jetzt nur Das war Draschel Die haben mich nen Apfel gegeben Hätte ich vielleicht schon beleben können Aber Jetzt eh zu spät Jetzt ist egal Äh Sichtsamen Man die sind nicht gut Ich denke immer bei einem Sichtsamen Das sind diese Erkenntnissamen Boah das sind sie nicht Definitiv nicht Die sind kacke Diese Die wir hier gesehen haben So Komm Geh weg Wer denn Ach Wieser Floor Level 49 Leute Wer hat fast die Level Die Hälfte aller Level erreicht Pika auch Jawohl Level 46 Läuft Und ja wie gesagt Jeder hatte vorher Vor dieser Folge Nochmal Levelups bekommen Ähm Ja Ich hab noch ganz viele Tickets Aber ich will die nicht benutzen Weil ich keinen Bock habe Könnte ich aber theoretisch nochmal machen Ich weiß es nicht wie klug das ist Hier runter zu gehen Weil oben war noch ein einziger Raum Wenn ich den Wenn der das am Ende ist Ne Das ist halt schon kacke Warum bist du da dieser Floor Okay Muss ich jetzt nicht verstehen oder Komm hau ab Verschwinde Danke Warum kann ich eigentlich keine Triplette Muss ich jetzt so stehen Ich finde das habe ich schon mehrmals gesagt In diesem Netzplay Na egal Mach doch nicht ständig die ganzen Wände kaputt Und ja Wie ich es befürchtet habe Der letzte Raum Ganz oben Der ist tatsächlich der Raum Mit der Treppe Das kann auch nur mir passieren Was Weberak Ja Mir egal Ich rette dich nicht Wie gesagt Bam Boah du Verräter Weberak Dich hätte ich nicht annehmen sollen Ne egal Kämpfst halt für mich Mir egal Ich werde dann wahrscheinlich Mal schauen Wie ich dann Ich hoffe man hört das nicht im Hintergrund Moment Ich packe kurz meinen Hauptschutz in die Richtung Wo das Lärm ist Ich hoffe das ist jetzt nicht mal so schlimm Auf jeden Fall Muss ich mal überlegen Denn es gibt ja noch Ganz viele Dungeons Egen bis 60 Ebenen und mehr Und dann muss ich mal überlegen Wie ich das mache Weil 25 bis 30 Ebenen Ist ja schon eine Folge Jetzt ohne Boss 30 Ebenen Deshalb muss ich überlegen Wie ich das aufteile Würdet ihr lieber eine ganz lange Folge haben Oder mehrere kurze Folgen Denn ich habe es ja bisher so gemacht Dass es mehrere kurze Folgen sind Auch wenn es manchmal 40 Minuten waren Aber ganz ehrlich Bei einem 99 Ebenen Dungeon Ich glaube da mache ich mal Ausnahmen Nicht eine ganze Folge mit 99 Ebenen Sondern Weniger Folgen Weil sonst Müsste ich ja irgendwie vier Folgen Für diesen Für diesen Einen Dungeon machen Dann mache ich da statt vier Folgen Vielleicht zwei Folgen draus Weißt du Zwei Folgen für einen Dungeon ist okay Aber vier Folgen Das ist zu viel Das können wir ändern Würde ich sagen Oh Targetik Ja Wie du willst Komm hau ab Na komm Geht der Geht der Da unter Geht der Geht der Geht der Geht der Oben rechts Schläfisch Gesehen Wie lange ist die Folge Oh Gott Egal wie gesagt Wir machen noch Den Bösskampf So wer braucht es am meisten Ich Und Bip und Pika Ja Aber Biber am allermeisten So Zack Ich kann ja echt gar nicht mehr angreifen Ich will aber nicht unbedingt sagen Dass die steuerung im original besser war als hier Weil das ist sie nicht wirklich Aber ich kann mich nicht daran erinnern Dass ich früher Probleme hatte zu navigieren Und immer wieder in Wände gebreit bin Gut Könnte aber vielleicht auch daran liegen Dass ich Dauerhaft B gedrückt halten konnte Und das ist jetzt geändert worden hier Mit Dass man Dauerhaft schnell geht Das heißt Jetzt gehen wir gerade normal Aber man kann einstellen Dass man dauerhaft ganz schnell geht Aber Keine Ahnung Das ist so ungewohnt Auch wenn das Sich so anfühlen sollte Wie Ähm Früher halt Wenn man B gedrückt hat Dann Wenn man jetzt B gedrückt hält Dann rett man halt so lange Bis du in irgendeinem Eine Wand ranprallst Oder einen Gang Hier Zack Vor einem Gang Und danach einem Gang Und nicht Ab der nächsten Wand Oder bis du aufhörst So das ist irgendwie Seltsam hier Ich bin letztes Wird zwar trotzdem benutzen Weil ich hin und wieder Trotzdem schnell sein will Aber Ich mag es halt nicht so Äh Ganz ehrlich Wo ist hier eigentlich Jetzt das Ende Ich habe zwar gesagt Ich mache jetzt vorgesagen Wie es geht Aber Ey Ich würde schon gern zum Ende kommen Wenn es hier links nicht ist Ah doch hier links ist es Alles klar Gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal